Sehr gut, das geht sehr, sehr sicher aus. Zwischenabend, einfluss an den Grenzen, genau das, was unter dir verbleibte. Die E-Grundplätze, die man das angenommen hat. Gut, gut. Auch die Abfahrt, das ist schwierig da, die Fahrt raus zu versetzen. So, Herr Krammerer, jetzt sieht die andere Seite fertig. Das wollte ich auch in einer dieser Frage, zu den Ernten von dem reichen Anlauf. Jetzt kommt sie aus der Seite. Nein, die ganze Reihe, der ist noch einfach groß. Jetzt kommt die Ausfahrt. Und eine deutlich schwerere Stufe, leicht überhängt. Jack Weiss nimmt Zeitstraffrote in Kauf. Das steht für dich fest, der wird Zeitstraffrote kriegen. So, und jetzt genau über die anderen Stufen. Jetzt kommt sie. Rhythmische zu lassen für den Mann aus der Ostsee, Daniel. Soweit ist noch keiner geworden. Und das Wort, bis zum Schluss.